Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Graue Theorie kurz erklärt. Mein Name ist Andreas Grau. Und mein Name ist Heiko Kurz. Und heute geht es um dieses spannende Thema. Und jetzt viel Spaß mit Graue Theorie kurz erklärt. Mann, 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 wenn man das Ding doch bloß sprechen könnte. Was gibt es für Probleme? Ja, rote Lampe an, ne? Ja, immer der mischt mit den kleinen LEDs, Mensch. Ah, da habe ich eigentlich was Cooles gesehen. Da müssen wir nur noch LEDs lesen, da glaube ich, das spricht eher Klartext mit uns. Komm mal mit, ich zeige dir das. Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Also wie vorhin versprochen, siehst du hier, wir müssen nicht mehr wie in grauer Vorzeit irgendwelche blinkende LEDs diagnostizieren und verstehen, sondern unsere Inseln sprechen jetzt hier ganz eindeutig. Gott, zum knapp Klartext. Das war's für heute von uns. Wenn Sie immer noch nicht genug von uns beiden haben, erreichen Sie uns unter der eingeblendeten Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. – Eten – – Bis zum nächsten Mal.